Ja, das 9010-Forschungsprojekt geht ja jetzt zu Ende, wie ich per Mail mitgeteilt bekommen habe. Und es wurde ja gebeten, nochmal so eine allgemeine Rückmeldung zu geben. Also, ja, was soll ich sagen? Denn ich habe es ja jetzt, ich weiß gar nicht mehr, seit letztem Jahr, März, April, also über ein Jahr auf jeden Fall, genutzt. Also ich habe es im Bett installiert und jede Nacht genutzt. Oder fast jede. Manchmal habe ich es auch vergessen. Oder wenn ich nachts aufgestanden bin, wieder vergessen zu aktivieren. Ich habe es auf der Couch installiert, wo ich leider fast die ganze Zeit sitze. Und das auch, ja, auch nicht immer dran gedacht, aber auch sehr intensiv genutzt. Und ich hatte es noch auf meiner Massageliege installiert, die ich leider dann nicht mehr nutzen konnte, wegen der Schmerzen. Die waren dann zu stark. Ja, also wie schon in allen wöchentlichen Berichten gesagt, hat sich leider gar nichts verändert. Also ich habe bei der Nutzung nichts gespürt, weder, also egal wo und egal was ich für, ja, Befehle, sag ich jetzt mal, gegeben habe. Und gesundheitlich hat sich nichts verbessert. Also es ist mir ja leider im Laufe des letzten Jahres immer schlechter gegangen und geht mir leider auch aktuell immer schneller, immer schlechter. Ja, also es hat sich leider nichts an der chronischen Erschöpfung getan, beziehungsweise ist das schlimmer geworden. An den Schmerzen auch nicht, sind auch schlimmer geworden, für die Verkrampfungen auch. Krämpfe sind noch dazugekommen, ganz schlimme chronische Migräne, totale Appetitlosigkeit, Ängste, Depressionen, Panikattacken. Ja, also kurz und gut, weder auf der psychischen noch auf der physischen Ebene hat sich was verändert. Oder es ist halt leider schlechter geworden, jetzt natürlich nicht durch die Nutzung, aber trotz der Nutzung, sag ich mal. Wobei ich jetzt auch, sag ich mal, diese alte Version hatte. Ich habe das gar nicht irgendwie so mitbekommen, weil ich nicht mehr so oft an E-Mails richtig lesen kann. Also, dass das eine Version 1.0 war und dass ja jetzt die Möglichkeit besteht, über die App das Nidbet weiter zu nutzen in der Version 2.0, wenn ich es richtig verstanden habe. Was ich natürlich machen werde und sehr hoffe, dass sich vielleicht doch nochmal irgendwas tut. Und ja, auf jeden Fall, ja, trotz der, sagen wir mal, nicht vorhandenen Verbesserungen und Ergebnisse, wollte ich mich bedanken für die Möglichkeit, überhaupt daran teilzunehmen. Und ja, wenn sich mit der anderen Version irgendwas tun sollte, dann gebe ich da auch gerne nochmal Rückmeldung. Ja, dann wünsche ich noch allen eine gute Zeit.